Grüezi und herzlich Willkommen auf dem Newsletter von Thomann Nutzfahrzeug AG. Mit dem topmodernen Neubau in Arbon erweitern wir unser Dienstleistungsangebot für die Region Ostschweiz und gewährleisten damit die Weiterführung des Traditionsbetriebs der sauren Nutzfahrzeug AG Arbon an einem neuen Standort. Im Neubau finden vier Transporter und bis zu acht Omnibus- oder Lastwagen für Wartungs- und Reparaturarbeiten gleichzeitig Platz. Auch investieren wir in eine Prüfstrasse, mit der sämtliche Sicherheitsprüfungen an Ihrem Fahrzeug durchgeführt werden können. Um sie noch effizienter und kompetenter bedienen zu können, werden wir mittelfristig auch den Personalbestand von heute 16 Fachkräften weiter ausbauen. Ich heiße gerne alle Thomänner herzlich willkommen in Arbon. Es freut uns sehr, dass hier eine Investition stattfindet und zusätzliche Arbeitsplätze geschafft werden. Ich hoffe, dass der Bau gut über die Bühne geht und dass ein guter Start im Unternehmen ist. Herzlich Willkommen! Ich gratuliere Thomann Nutzfahrzeug AG zum neuen Standort hier in Arbon. Jetzt war das erste Spatenstich, aber schon bald werden hier Trucks gewartet und verkauft und auch repariert dann und wann. Ich bin überzeugt, dass das der richtige Entscheid war, aus der Stadt rauszugehen und einen neuen Standort zu wählen. Und das wird sicher gut bei den Kunden angekommen. Freut uns insbesondere auch, dass die Arbeitsplätze noch ausgeweitet werden, dass man vom heutigen Bestand noch weiter rauszugehen will, auf Mittelfristig etwa 25. Das ist doch eine freudige Nachricht. Mit dem Neubau der Blumenaustrasse bin ich überzeugt, auch für die Zukunft, dass ich einen tollen, super Partner gefunden habe, die Firma Thomann Nutzfahrzeug AG. Und dass das Baby, das ich hier aufgebaut habe, auch weitergeführt werden kann. Wir sind verantwortlich für das Umsetzen von dem Neubau der Sauren Nutzfahrzeuge in Arbon. Wir werden während den nächsten sechs Monaten den Bau erstellen, von der Pfahl-Fundation bis zur Schlüsselübergabe Ende Jahr an unserem Bau her. Dieser Bau zeichnet sich speziell aus, einerseits durch die Fundation, andererseits aber durch den hochwertigen Innenausbau, Spezialeinrichtungen für den LKW-Unterhalt und MFK bereit zu machen, inklusive Wäschraum, Techniken und die ganzen Sozial- und Nebenträume. Für uns von Renault Trucks ist es natürlich wichtig, dass wir in der ganzen Schweiz ein flächendeckendes, kompetentes und sympathisches Service- und Händlernetz haben. Und in diesem Sinne freut es mich natürlich besonders, dass wir mit der Firma Thomann einen würdigen, kompetenten Nachfolger gefunden haben für die Sauren-Nutzfahrzeuge AG. Und ich bin überzeugt, dass es in jeder gewohnten Manier weitergehen wird und die Kunden weiterhin bestens betreut werden. Ich freue mich, dass wir als Familienunternehmen so ein traditionsreiches Familienunternehmen weiterführen dürfen. Wir freuen uns jetzt schon, Sie ab dem 1. Februar 2015 in der neuen Räumlichkeit an der Blumenau-Strasse 11 in Harbon begrüssen zu dürfen. Bis es so weit ist, sind wir nach wie vor von Sie am bestehenden Standort an der Stickereistrasse 6 in Harbon gern für Sie hier. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war's. 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 Das war's.